aber nein aber das ist halt nur gerade zu gehen immer hier alle richtungen so wunderbar aber schräg geht nicht geht glaube ich erst ein nachfolger dann oder selber der zauber selbst hier das nicht gewährleistet na toll flummba auch nun sichtweiter auch das sehr ärgerlich wie maus hakelt das habe ich echt besser in erinnerung mag einfach am emulator liegt und dass ich im breitbild format spieler nicht im normalen format kann auch sein aber ich weiß es nicht genau blitz ist das auch nur so es ist ja super eingeschränkt die alles meine güte und warte mal ab ja es war klar kommt zum ob nein jetzt geflüchtet fiesling weg versperren wir sollen nicht flüchten naja musst du warten wenn ich glaube gefürchtet bekommt auch logischerweise kann keine experten und darfst du mir ja vermeiden die studie habe ich dann aktiv zwei lebenspunkte hier ich weiß auch nicht genau man ich glaube es gab bessere treffer schauen wenn man halt von der seite angreifen und nach vorne ich bin mir nicht ganz sicher dass du war auch das geht nicht schräg meine güte das ist ja echt bescheiden früher also was ist früher im stern statt jetzt auf jeden fall mit schräg angreifen das kann ich euch sagen ich glaube er hat ja ein schwert gehabt ne so der ist angekesselt ihr sagt der kommt nicht davon und parieren jawohl wenn man so eine grellerin oder oder knalligeren farben sieht heißt das meistens noch ein gegnergriff danach kommt aggressiv natürlich das war gerade der fall der weg ist klar also eigentlich der kampf haben wir gut aber habe ich halt doch bist besser in änderungen zu nahe warte kurz ich kann auch meine wechseln sperrroben töter angriff noch mal zu leben weniger sehr gut nicht mich selbst ja ist auch richtig man wird kein selbst dort machen jetzt noch normal reich habe ich aus es kann gar keine blasen irgendwas ich will dabei jetzt kam es in geräusche sehr schön durch durch ab hier ab hier schön ein dinar erbeutet und abenteuerpunkte immer wichtig so ganz kurz mal gucken wie viel brauche ich eine bis so nix warte jetzt muss irgendwo hier stehen glaube ich übrigens ja ich habe jetzt 9 ap wird halt auf der party aufgeteilt wenn man alleine spielt dann entsprechend auch schnell erhöhen und so weiter kann man alleine spielen ist aber tatsächlich eher für die wirklich wirklich taffen leute empfohlen und ich bin einfach nicht so bewandert im spiel deswegen ist mir jetzt auch nichts absolut nicht das ist aber cooler mit einer party als alleine ist auch wie es ist ich habe nur noch acht legungspunkte hier obwohl ich zwei krass so warte wo ist meine gegenstand benahmen wo da so momentan habe ich 9 und 9 wenn ich wechsel ich viel weniger siehste aber ein rapier geht ich stichwaffe steht also da steht das ok stichwaffe da keiner von mir es gilt oder doch waren sie beiden elfen hast du hier die pfaffe aber er hat schwer da die pfaffe stichwaffe nimmt sich nicht viel bei ist gut acht habe ich jetzt aber ich weniger als vorher wir bleiben bei der hiebswaffe würde ich mal sagen klingt ganz sinnvoll oder wir machen gleich wieder den bogen rein wobei natürlich der bogen wir bleiben dabei der bogen heißt ich bin zu meiner feile ich da was brauche ich einfach so nicht so unbedingt und die sind ja wie ihr seht begrenzt an der zahl muss ja auch nicht sein dann das haben wir schön euren rapier oder ja siehst du kannst die also gebrauchen warte kurz grundwerte immer noch acht bewegungspunkte ab dem gewissen punkt wird sehr weniger wieder last jemand trägt ich wollte nach links gehen also egal so immer noch acht was sagt samira uns schönes hat sie ja nicht auch noch gar nicht so was siehst du dann gebt ihr das andere damit sie im fall des falles auch einmal darauf zurückgreifen kann sich waffen das ist ja eigentlich spiel ist spiel durch fertig aus ok ok aber nicht wie viele xp dafür nächsten level brauche oder das wollte mich eigentlich gerade gucken gegenstand talent zauber sprechen talente zauber nee ich bin der meinte man einen zweiten teil gucken egal er ist mein kampf gesehen ist aber sehr wichtig gewesen club test was geht das nicht was ich dachte das ja ja ist okay wieder raus doch es geht sie ist jetzt habe ich achten denn einiges ist ein bug im spiel das war beim raus und reingehen immer ein bisschen geld bekommt dabei gerade gab es kein geld komischerweise weil ich ein bisschen weitergegangen bin als nur direkt rein als habe schon mal acht die nahe statt 4 und ist zwar ein bisschen leben die methode aber da ich habe falsch spiel überhaupt nichts hinkriege ich muss mir geld verdienen für waffen und so weiter finde ich jetzt ganz angemessen das mal so zu machen es habe ich elf ja okay zwei oder drei du karten pro stück ist gar nicht mal so viel ich dachte aber ich muss ein bisschen was kaufen wenn ich körper auch alternativ das ist auch eine ganz einfache in der methode die man auch nicht wirklich schieten nennen kann ich glaube auch zehn millionen charaktere erstellen keine ahnung generationsprogramm und die haben ja auch immer ein gewisses startkapital und es gibt mal charaktere die haben ein bisschen mehr startkapital zum beispiel krieger und zwerge glaube ich man es gewesen vor allem ja ein bisschen mehr hatten normalerweise weil es auch ein bisschen zufällig war bei der generierung so ist nicht und ja und dann hat die kadere ins team reinnehmen und dann immer wieder deren geld nehmen um sachen zu kaufen das geht genauso ist eine ganz illegale in game methode ohne bugs ohne sheets ohne alles dauert ein bisschen länger und ist nicht so zuverlässig aber auch das würde gehen wenn ich jetzt geldprobleme habe also dann lieber diese art und weise 38 siehst du schon viel besser ich würde sagen machen bis 100 oder sowas ja das bisschen einseitig bisschen motor das ist halt einfach nur dafür da man gute startkapital zu haben das ist schon relativ wichtig nicht auszurüsten das kann man wirklich so sagen da müssen wir gar nicht so drüber angucken zumal ich auch nur bin und wie gesagt ich habe auch absolut keine lust das spiel zu verlieren es ist schon relativ anspruchsvoll trotz alledem denn das wäre mir für das player überhaupt nichts sei jetzt game over zu gehen nach kam wie viele spielstunden und daher lieber absichern easy mode wenn man so möchte damit kann ich gewissenstechnisch total leben und ich hoffe ihr auch ihr müsst da sowieso durch ich mache es ja einfach so auch ohne eure fragen oder antworten dazu jawohl das ist eine selbstentscheidung und das stelle ich auch nicht zur debatte 64 weil ich bin schon relativ reich ich will gern 1000 dukaten hoppala ich glaube mit 10.000 oder 20.000 kann man sich ein schiff kaufen im ersten teil schicksals klinge also richtig eigenes richtiges schiff nur man kann mit dem ding leider nichts machen man kann man unglaublich viel geld ausgeben dafür und das sich holen und dann ist das geld einfach weg und dann hat man das schiff yay aber es gibt einem nichts überhaupt nichts außer man das hat das ist echt zidfrei aber so steckt das spiel voller kleiner sachen die man irgendwie zwar eigentlich ganz cool findet oder sowas aber die einem letztendlich nichts bringt fürs spiel und so weiter es ist ganz lustig eigentlich wenn das so möchte ja es ist ganz lustig zack aber ich brauch's halt nicht so was essen brauchen wir ja auch generell und was zu trinken wollte ich noch sagen und auch dafür brauche ich noch logischerweise geld habt ihr gesehen ich habe schon langsam angefangen zu hungern langsam ne ganz langsam und ich habe auch wirklich wenn ich mit falsch spielen nichts bekomme ist das schon ätzend eigentlich wollte ich mir echt meinen charakter machen hier falsch spiel fertig aus zack 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 win 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 fertig aber es wollte ja nicht sein so jetzt haben wir 100 jetzt gehe ich mir erst beim nächsten tag mit hoppala nix und noch oh was ist los öh ist ein bug ok cool ähm jedenfalls und so was wollte gerade sagen nach vor dem bug ich wollte verschreckt gerade habe ich mich gefangen dann komme ich mal raus das besser noch gewesen jedenfalls ich wollte mit falsch spielen mein geld ich habe ja ehrlich versucht mit falsch spielen mein geld zu verdienen aber es ging ja nicht habt ihr gesehen aus irgendwelchen gründen aber ich versuche es nochmal wenn die kneipe noch auffallt ich weiß gar nicht jetzt schon wieder fast tag kann welche hinzu sind jetzt taverne doch geht noch nein geht nicht mehr tja das dazu wie gesagt uhr zeitsinnig wäre es noch drin jetzt was zu kriegen tatsächlich hübsche zähne hast du hier kauft ein paar neue dafür ja was haben wir denn da unten nach herberge verlagte werden besuchen ist klar so hi ich rede vielleicht hat er was interessantes zu sagen herbergs vater der wird schaut auf nachdem ihr schon eine weile von seinen tresen steht ja bitte ein gast wird redet viel oder er arbeitet viel äh ihr wollt mich auf den arm nehmen bitte wenn es euch so spaß macht der gast hat immer recht ok ok sehen wir aus ach so noch einmal herzlich willkommen fertig hast du gewünscht meine güte ich würde was informationen hat locken aber die wachen wie ich sage ich verarschen bloß entschuldig war lange erwähnt ist ja ok toll schlafen ach so ja zimmer bitte ja kommen hier pro person haben wir das suite eine reicht mir was die andere ein nutzen noch nicht auf dem namen personen so vielen dank blablabla schlafen gehen so astra energie steigt wieder wusste ich von ihm auch natürlich noch nicht kurz gehabt eben gerade egal wow ich habe mega mäßig kein hunger hier habe ich immer noch braucht das gibt es ja nicht ich hoffe mal nur ein trinken auch zwei gut ich habe ich habe zwei nicht trinkfeste so der rest kann alles kann saufen wie nichts gutes empfehlungsschiff ach so das ist das ja ok so aber dann würde ich sagen decken wir uns dann tatsächlich doch ein bisschen was an ausrüstung ein wenn ich jetzt wüsste was davon waffen dingens war ich glaube es war das graue ich will nur einen wie shit geben auf einer straße gesitzt ein einbeiniger mann der euch flehentlich einer hand entgegen hält eine wilde grabe um travias willen die belästigt mich nee hau ab ergebung sogar jetzt geben nimmt das hier zack noch drei straßen weiter könnt ihr hören wie der bettler oder plötzlich den segen der zwölf auf euch herabruft ja man hat ja keinen äh keine ahnung wie ich habe ja das geld gerade ne so ist nicht so Mist Kräutertante das arbeitet auch nicht ganz verkehrt wenn ich bloß wüsste was ich brauche hiervon das ist ja das Problem da bin ich unbewandert äh zaubert krank was macht er glaubt er lädt meine astral energie wieder auf oh was als erstes wieso habe ich auch mal 600 dinar ich denke nur 100 gehabt zweitens wieso ist das so teuer ist ja abartig da muss ich aber ordentlich falsch warte ich muss mal raus vorher speichern das geht mir sonst nicht Eieieiei ist die teuer wieso Geld checken ne hier steht 100 du karten natürlich nicht die nah die nah so ein quatsch du karten ey ich wollte speichern vor jedem Pups musst du speichern generell in so einem Spiel sowieso so nächster Versuch das kostet doch alles nichts 1 2 aber sag mal sag mal 5 5 ich weiß halt nicht was ich brauche ich hab würdelt oder brauche ich ein bisschen was das kommt mir von der Form bekannt vor auch so teuer hier die ersten drei waren okay danach wird sowas vorher auf einmal heiltrank zaubertrank kleiner zaubertank war das ist halt auch nicht schlecht Kröten Schlimm giftiger keine Ahnung wie denn das soll weniger man kann auch seine Waffen vergiften damit mehr schaden machen ich weiß gar nicht ob das permanent ist oder bloß für eine gute Zeit keine Ahnung Krieger können das nicht machen wie ihr gerade seht mein Name ist nicht gelb denn Krieger sind ehrenvolle Leute die mögen das nicht daher fällt das aus so reicht mir erstmal würde ich sagen versuch es mal ganz dezent mit 30% da ja ja geschafft aha ja ordentlich gespart ich hab doch kaum Geld ich muss ja auch ordentlich sparen ich sell bye tatsächlich hat auch mal echt 600 gehabt laut der Ansage so hier ja ich das ist das ist das ist auch das ist